Okay, also wie man sehen kann, ist hier vorne schon so ein goldener Strahl, wo die Rakete halt hinterher starten wird. Okay Leute, eine Minute vorm Raketenstart. Es ist 9 zu 29. Einigermaßen gute Position. Ich denke mal, da ist es. Es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was passiert, was passiert, was passiert? Okay, die Sound werden abgespielt, die kennen wir schon. Da ist sie, die Rakete! Da ist sie, da ist sie, da ist sie! Und sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Die wird wahrscheinlich Richtung Mosty Meier fliegen, schätze ich jetzt mal. Alter Schwede. Wie krank sieht das denn aus? Leute. Heilige. Oh. Und sie fliegt, 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 fliegt. Oh, da ist ein Teil runtergeflogen. Ein Teil ist runtergeflogen. Sie fliegt in den Himmel. Obwohl, sie fliegt in den Himmel. Oh mein Gott. Sie ist ja noch da oben. Alter Schwede. Okay. Oh, sie kommt runter, sie kommt runter. Oder? Doch, sie kommt runter, aber was passiert? Was passiert? Oh. Was? Wow. Alter. Oh mein Gott. Da hinten auch. Was ist das? Das ist eine Rakete. Ich muss zur Zone, Leute. Aber da wurde was hingeschossen. Das sollte Shifty gewesen sein, glaube ich. Oder? Richtung da? In die Griesen? Ich muss leider in die Zone rennen, Leute. Alter. Sonderrakete. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Ich habe gerade echt Gänsehaut. Okay. Da ist jetzt so ein Blitz im Himmel. Also ich glaube, das wäre es jetzt auch gewesen, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dieser Blitz, dieser Knall im Himmel, der verändert sich auch nicht. Der bleibt dort auch stehen. Schreibt mal eure Meinung zu dem Ereignis in die Kommentare, Leute. Bitte liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao.